Moin sind sie YouTubes und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Agrarian Skies. Wir sind immer noch hier auf unserer kleinen Insel und haben das Problem, dass wir überhaupt kein Essen mehr haben. Mit dabei ist natürlich wieder der André, bevor ich das vergesse. Na klar. Wer ist sonst? Darcher Knaus steht da. Ich habe ein Seed rausgekriegt aus der Erde. Ein Seed? Okay. Und noch irgendwas. Irgendwie ein Mann abbauen habe ich rausgekriegt. Aber. Nur drei? Schau mal schnell. Da hin. Egal. Jetzt haben wir schon fünf Cobblestone. Yay. Machst du noch was dazu? Wir haben jetzt zehn. Zehn Setzlinge haben wir noch hier drin. Könnten noch mal eins machen. Komm. Hm. So, jetzt sind wir nur noch zwei Sätze länger. Das ist ein bisschen arg wenig. Ein Würmchen habe ich noch abgeliefert. Das noch. Genau. Perfekt. Wie kriegt man denn nicht Limestone? Weiß ich nicht. Zombies. 0% auf 0% Killed. Okay. Ja, ne. Das können wir eh noch nicht machen. Und wir müssen halt Glück haben, dass wir Iron Ore Gravel kriegen, ne? Also Iron Ore. Ja. Warum hast du noch ein paar Krugs? Hm. Was war das denn? Meine Spitzhacke, die ich vorhin gekriegt habe, hat jetzt ein Modifier draufgekriegt. Ah, nice. Ähm. Ampo Geschwindigkeit 1,5. Schön, dass die Bäume hier endlich wieder gewachsen sind. Aber ich mach den Regen mal kurz aus, ey. Der Regen regt ansonst auf. Ein Apfel! Wenn die wenigstens wie im normalen Meinen könnte es einfach zwei, äh, zwei Herzen, äh, Hungerbalken bringen würden, ne? Ja, das ist halt der Hardcore, ne? Hm. Ist doch eigentlich ganz chillig, Hardcore. Wir sind doch nicht einmal verreckt. Würmchen! Ich auch nicht. Noch ein Würmchen. So, die ganzen Barrels aus draußen sind voll mit Wasser. Das ist gut. Und wir haben auch schon wieder zehn Sitzlinge. Also zwölf jetzt schon wieder. Das ist auch gut. Und ich mach wieder einen Erde. Das ist auch gut. So, den Apfel kann man direkt essen. So, sechs. Kabel. So, sechs. Kabel. So, das ist ein Baumwolle. Das Ding da. Der wägt. Der, 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 der steht dran erwachsen. Und man kann nicht abgehenden. Ne, der, der ist auch die ganze Zeit erwachsen. Aber der ist, die ganze Zeit ist er. Voll. Muss der vielleicht einen Erdblock daneben stehen haben? Muss der vielleicht einen Erdblock daneben stehen haben? Der kriegt so Knollen. Ne, ne, der kriegt so Knollen. Ach so. Hier sind so, hier kommen so Knollen drin. Ganz rechts unten. Ach so, die, die kommen da raus. Genau. Ist aber eigentlich sogar ganz geil. Neidfisch männlich und Neidfisch weiblich. Sehr interessant. Hm. Haben wir schon wohl, ähm, Blumen, guck mal was ich auch für meine Achse gekriegt hab. Habt ihr in die Weckstation mal reingelegt. Guck mal raus. Raus? Wieso raus? Ist doch da. Hier. Guck mal. Komfort dabei ist. Skill. Compable. Control. Boden. Qualability. Ne. Was ist da drauf? Minenforst. Guck doch einfach rechts daneben. Was da steht. Ja, gut. Und ein Modifier ist da mit drauf gekommen. Nett, ne? Müsst du jetzt auch mal mit der anderen Spitzhacke abbauen. Ne, mit der Spitzhacke, wir haben noch nichts für Spitzhacke. Ne, die levelt sich aber auch mit, glaub ich. Hm. Ob die sich levelt, wenn du damit Holz abbaust? Bezweifle ich. Ne, das nicht, aber... Kann ich was sagen. Hm. Ne, gut. Und sonst können wir auch momentan echt nichts machen, ne? Ich will dir nichts sagen, aber guck mal was da steht. Offen. Offen. Was können wir damit jetzt machen? Können wir jetzt äh... Holzkohle machen. Und das bringt uns dann was? Du wolltest vor den Stein brennen. Für deine Gießkanne. Ja. Ja. Ja, ja. Wollte ich machen. Mit der Gießkanne wächst das auf jeden Fall schneller, aber... im Grunde ist das ja echt 0% ist. Hm. Keine Ahnung. Naja. So, perfekt. Yay, Holzkohle. Die Bäume müssten schneller wachsen. So. Ich hab den nächsten abgeschlossen, übrigens, ne? Wie hast du das da gemacht? Wie hast du das da gemacht? Nehme mal den. Und nehm mal den Sinventar. Achso, du hast das Zeug schon. Wie hast du das denn gemacht jetzt? Sind verständlich. Wie hast du das denn gemacht jetzt? Den... äh... Okay. Achso, mal schnell. Den wie aussieht wie eine Barrel. Den machst du... wie die Barrel, nur dass du halt... äh... Clay und Knochenmehl zu... oah... äh... Wie heißt das? Wie du zu Keramik machst. Dann muss er halt nachher gebrannt werden. Okay. Und den Clay einmal aus drei Clay, ne? Das geht mir nicht schade. Ach, komm. Wir müssen noch einen Stufenofen machen. Hm. Genau. Das hab ich mir aber auch angeguckt. Mach du die nicht normalerweise einfach? Ne. Hm. Ja. Gib mal eben die Sachen hier. Die ich dir gegeben hab. Warte. Warte, warte, warte. Zack, zack. Weil da raus, äh... Ah, Couples und Slaps. So. Ich glaube, es brennt... Was machst du daraus? Ein Brenn... äh... Ein Eimer. Den man nutzen kann. Ah, okay. Ton-Eimer. Guck mal, was ich jetzt hab. Haben wir... äh... Haben wir Fackel? Fackeln? Warum eine Fackeln? Eine Fackel brauche ich. Eine einzige. Eine? Dann kann ich die geben. Stell die mal... Da ins Loch an. Plack. Und da kommt jetzt Cobblestone rein. Und was ist denn daraus? Lava. Okay. Wir brauchen aber Cobblestone erstmal für den Slapofen, ne? Achso. Und drei Cobblestone brauchen wir. Mal nur, wenn... dann haben wir erstmal Cobblestone almost, ne? Mhm. Ist nur mein Dirt drin gewesen, ne? Ja. Die durch. Was kommt da alles raus? Äh... Normaler Seed. Da. Weizen-Seed. Da ja. Da ja. Haben wir den gehabt. Okay. Interessant. Äh... Aber natürlich nur zwei... Nur zwei Stone, ne? Ja, geil. Mhm. Ich hab auch noch einen. Ich hab auch noch einen. Ja, schön. Drei. Wir brauchen viel für einen. Ja. Ist doch... Kommt doch Freude auf. Ist doch geil. Die Bäume wachsen nicht. Was könnte hier für ein Vorteil sein? Oh, der Knochenmüll könnten wir jetzt aufbrauchen, eigentlich. Brauchen wir das gar nicht mehr? Nein. Wir brauchten weniger. Wir brauchten nur hier für den hier. Für... Baum ist gewachsen, ne? Ja. Gerade Bäume wachsen nicht. Von wechseln Baum. Ja. Das ist der nächste. Ich war so gerade so ganz... Ganz chillt so ab. Ob immer. Blub, blub, blub. Keine Quok mehr. Das weg, das weg. Ort Bataku. Ach so. Ich brauch so... Schön die Blätter, aber vorkástico, wie vork주네요. Noch... Jetzt cosplay. So, jetzt kannst du so langsam wieder abbauen, ja. Bin jetzt, bin jetzt, bin jetzt sicher. Halt am besten noch nicht das Holz abbauen erst einmal. Ja. Gut, dass ich fünf Crocs gerade gemacht hatte. Dann müsste ich gleich ein paar mal runterkommen. Wieso? Dann macht ihr doch darum einfach eine... ...Werkbank. Eine Werkbank, ja, klar, aber... Es ist gerade sehr, sehr gefährlich, hier einfach auf der Spitze einfach rum zu laufen. Wenn dann Blätter unter mich verschwinden, dann bin ich echt am Arsch. Dann boh doch jetzt dein Holz ab. Ne, bin heute wieder nicht abgeholt. Erst kommen die Blätter an. Dann verschwinden die Blätter auch nicht so schnell. Man weiß ja nicht, was du da unten fahrst, hier ist, ne? Den Baum habe ich noch gar nicht angefangen. Der Kleine ist schon weg. Du kannst ja auch hochkommen, wenn du willst. Hier ist eine schöne Aussicht. Auf dem Setz, ging auf dem Dach. Auf dem Dach. Ach so, ja, Gott. Du bist ja auch oben auf dem Dach. Alter, steht, ist das riesig, ist diese Baum riesig, ey? Was war die zweite Krook? Wie heißt das Ding eigentlich auf Deutsch? Die Krook? Äh, äh, keine Ahnung. Bei mir heißt, da steht es auch unter Krook. Okay, sehr gut. Haltest du, der ist gerade ein bisschen riskant hier oben, ey. Weißt du, die Völkern wird dann in der Action-Völkern genannt. Ah, weiß ich gar nicht, aber du brauchst eine große, große Fläche. Große Rasenfläche, ne? Hm, genau. Die Haar können wir uns momentan einfach noch nicht leisten, weil wir keine Erde haben. Naja, wir könnten vielleicht schon mal eine Plattform bauen mit, äh, Holz. Weißt du? Dann würde ich eher eine Monster-Farm erst mal bauen. Oh, ich bin fast... Ja, aus Monster-Farm kriegst du aber kein Essen. Naja, ich kriegst aber als Zombie hier, dann darfst du das Erde machen. Gut. Überredet. Ist, nee. War jetzt gar nicht so... Du kannst ja einfach eine Plattform bauen erst einmal, da die ein bisschen absperren. Aber dann müssten wir da campen. Ihm. Mein Problem ist auch, ich habe nur noch drei Hungerbalken gerade. Ja, äh, Dorn, dann... Äh, wir haben einen Coop-Fisch noch, ne? Im Ofen. Echt? Dann nehmen wir den. Ja, nee. Ja, wir haben doch ein Rohrgarten. Kannst du ja auch können. Äh, ich habe aber noch sechs. Okay, ja gut. Und ich bin hier gerade die ganze Zeit am rumhasseln. Das Problem. Na, ich habe gerade noch einen Kabel gemacht, aber... Sollten, nee, Fichter und Birkensatz linken, dann kloppe ich jetzt mal nicht weg. Nee. Klop... Für die Design-Nüsse-Teile und so. Wenn man alles einfach zu so fallen lässt, ne? Tu das. Muss ja nicht einiges sein. Das hält sich in Grenzen. Echt, Mann. Das sind dieben Z-Klinge und zwei Würmer gewesen. Auf geht aber. Ich habe hier oben auch schon einiges eingesammelt, aber der fällt noch viel, viel mehr runter. Ich merke das schon. Jetzt habe ich 11 Satzlinge. Ja, also meine letzte Croc. Mehr habe ich nicht. Ähm, ähm, Dingern. Ich hatte fünf Dingern mit hochgenommen, ne? Ja, ganz hart. Mhm. Ja, nice. Kann nicht mehr sprinten. Würde nicht auf das Dach springen. Meine ist jetzt auch gegenüber, meine Kug. Irgendwann ist ein Apfel. Komm, wir bauen jetzt einfach das Holz ab und scheißen einfach drauf, was nicht mehr viel. Nein, das Holz kommt da natürlich nicht dran. Warte, perfekt. Den Intersten nicht genau. Mining, Feining. Ach, man hat auch dieses Langsimmigkeit auf der Axt drauf. Auf welche, auf der Stone? Ne, hat man sowieso. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man hungrig ist, dann hat man Slowness und Mining irgendwas auf, auf sich drauf, ne? Lol. Ich esse jetzt den Fisch. Dann habe ich wieder zweieinhalb. Noch zweieinhalb, das ist echt richtig kacke. Na toll, oben ist aber ein Holz, wo wir nicht dran kommen, ne? Ja, warte, warte, warte. Die sind noch höher, da hätte ich jetzt auch so nicht dran gekommen. Muss ich für diese Berat noch mal hochbauen. Ach so, okay, ja gut. Zack, zack, kein Ding. Ja, endlich diese Horror-Bäume sind weg. Ich habe 35 neue Setzlinge. Ich habe 19 gehabt. So, aber an dieser Stelle sage ich erst mal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung an, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Video da rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao. Oh.